Was für ein schöner Tag für eine Wasserschlacht! Pass auf, Chili! Kroko-Mile fährt auf der Straße! Oh oh! Ihr solltet euch entschuldigen, anstatt zu lachen, Babys! Und komm schon, Kroko-Mile, es war ein Unfall! Die Babys stecken im Schleim fest! Chili, lauf! Oh nein! Kroko-Mile bedeckt die Straße mit Schleim! Super Truck, du musst Kroko-Mile aufhalten! Zeit, dich zu transformieren! Der Feuerwehr-Truck wird den Schleimangriff stoppen. Lasst uns verhindern, dass das Ei Frank und Chili verletzt! Werfen wir es weg! Zwei Fliegen mit einer Klappe! Kroko-Mile ist auch wütend auf dich, Super Truck! Oh nein! Kroko-Mile wird jetzt noch rasender! Frank, bring Chili in einen sicheren Ort! Super Truck gibt dir Deckung! Diese Straße sieht wie ein sicherer Ort für Chili aus! Bleib hier, Chili! Frank, Super Truck braucht deine Hilfe! Es sind zu viele Eier, als das Super Truck Gas allein bewältigen kann! Pass auf! Frank, komm da raus! Frank hat den Super Truck gerettet, aber er ist im Schleim stecken geblieben! Du bist zu fies, Kroko-Mile! Chili macht sich Sorgen um dich, Frank! Keine Sorge, Jungs! Super Truck ist hier, um zu helfen! Tolle Teamarbeit! Du bist wieder frei, Frank! Frank, Super Truck, lasst uns die Babys retten! Chili wird dir den Weg zeigen! Kroko-Mile lässt nicht zu, dass die Feuerwehrautos die Babys befreien! Wasser wird nicht ausreichen, um Kroko-Mile aufzuhalten! Zeit, den ST-3000 einzusetzen! Der telekinetische Strahl wird den Tag retten! Gut gemacht, Frank! Super Truck! Chili ist in Gefahr! Bringen wir das Ei zurück zum Besitzer! Kroko-Mile! Du steckst fest! Du kannst die Babys endlich aus dem Schleim befreien! Keine Sorge, Leute! Super Truck kennt jemanden, der diese Sauerei aufräumen wird! Es tut den Babys leid, dass sie Wasser auf dich geworfen haben! Nicht so schnell, Kroko-Mile! Du musst noch diese Unordnung aufräumen! Hi, Jungs! Trainiert ihr Fußball? Wow, klasse Bewegungen! Anscheinend braucht jemand deine Hilfe, Karl! Du fährst besser gleich nach Hause! Aha! Es ist Lilly! Es ist der erste Schultag! Der Lehrer ist noch nicht da und die Kinder werden übermütig! Warum seid ihr so aufgedreht? Sie scheinen sehr aufgeregt zu sein und hören nicht zu! Oh, darum! Sie haben die ganzen Saftboxen getrunken! Lilly könnte Hilfe brauchen und zwar gleich, Karl! Beeil dich! Gute Nachrichten, Lilly! Super Truck ist hier, um dir zu helfen! Dann lasst uns mal versuchen, die Kinder zu beruhigen, bevor die Schule anfängt! Oh, gut! Die Kinder hören auf dich, Super Truck! Was ist mit denen zwei, Super Truck? Hey! Hello! Eins der Kinder fehlt? Super Truck, kannst du was unternehmen? Ein Super-Polizei-Truck? Das ist großartig! Benutz deine Sirenen, dass der Kleine dich hören kann! Oh! Da ist er! Er fährt Richtung Karussell! Du hast ihn knapp verpasst! Jetzt ist er bei den Schaukeln! Hey! 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 T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Du hast wieder mal den Tag gerettet, Super Police Truck. Carrie hat dir einen besonderen Kaffee gemacht und dein Lieblingscupcake. Oder hättest du lieber eine Saftbox gewollt? Stimmt ja, die Kinder haben sie alle leer getrunken. Genießt euren Snack, Leute. Oh, hi Carl. Was schaust du dir an? Es ist Baby Rocky. Wow! Ausgezeichnete Landung. Carl, jemand braucht Super Truck. Beeil dich. Molang und Piu Piu haben heute unseren Strand besucht. Sie spielten gerade Frisbee, als plötzlich... Piu Piu und die Frisbee verschwanden. Keiner weiß, was mit Piu Piu passiert ist. Carl, bitte hilf Molang, ihn zu finden. Super Truck ist hier. Molang, was ist passiert? Du hast nicht aufgepasst und deinen Freund verloren? Wir müssen Piu Piu finden. Er muss hier irgendwo sein. Was ist los, Super Truck? Super Truck, du musst größer sein, um am Strand fahren zu können. Es ist Transformationszeit. Super Sprung Truck? Klasse! Chad hat gesagt, er hat etwas komisches an der Rennstrecke gesehen. Gute Idee. Sehen wir uns das an. Schaut! Das gibt's nicht. Es ist Piu Piu. Oh nein, sie fahren in Richtung Piu Piu. Super Truck, rette ihn! Piu Piu, beeil dich. Da fahren Autos auf uns zu. Super Truck, du musst ihn retten. Hab ich dich. Halt dich fest, mein kleiner Freund. Okay, Super Truck, du kannst Piu Piu jetzt loslassen. Jetzt bist du sicher. Lass dich umarmen. Nun, das war ein aufregender Tag. Ihr habt euch wirklich eine Auszeit verdient, Freunde. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.